So, das nach da. Dann den nach dort unten. Ähm, dann den wieder nach da. Ne, das bringt gar nichts. Okay. Der, okay, der linke nur den mittleren nach ganz unten oder nach ganz oben. Okay. Haben aber hier schon alles. Das bedeutet, ich muss die beiden in die Mitte kriegen. Der hält den in der Mitte. Der zieht den nach oben. Und den anderen nach unten. Okay. Hm. Der zieht den nur nach oben. Okay, 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 okay. Okay, der haut den ganz nach unten. Das ist soweit ganz gut. Den hier nach unten. In die Mitte. Hm. Okay. Der in die Mitte. Ne. Ganz nach unten. Warte mal, wenn ich das so hinkriege. Nein, 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 nein. Den gerade nochmal nach unten. Dann haben wir das doch schon mal ganz gut. Äh, geht das auch so? Nein. Okay. Jetzt muss ich nur gucken, was diesen Typen da... Und der macht gar nichts. Der haut den ganz nach unten. Okay. Ne, das bringt nichts. Die sind alle unten. So, den nochmal nach unten. Dann sind die beiden... Ne, sind sie nicht. Jetzt sind sie... Die Frage ist, wie kriege ich den mittleren... Die Frage ist, wie kriege ich den mittleren nach unten? Irgendwas mit... Also, folgendes. Ich muss... Den... Irgendwie nach unten hauen. So, der muss da bleiben. Okay. Aber ich glaube, das kriege ich hin. Ja. Ja, ja, ja. Och, nee, ey. Fick mich doch ins Knie, ey. Da kriegst du doch Krampf im Arsch, ey. Boah, nee, ey. So. Was war das? Nee, der haut die alle wieder nach oben. Der mittlere. Erstmal alle nach unten. Dann hier mit dem nach oben. Okay, nee, das bringt nix. Dann muss ich nochmal nach... Gucken. Ähm. So, der ist richtig. Jetzt darf ich hier nichts machen. Kann ich ja nicht. Wie soll denn das... Sorry, aber wie soll denn das gehen? Bitte schön. Okay. Der wird nur von den unteren geleitet, ne? So. Der holt ihn nach oben. Okay. Boah. Ich lasse es auch drin, weißt du? Also ich bin ja jetzt nicht so... Der haut die alle nach oben. Der macht gar nichts. Der haut sie alle nach unten. Warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich es irgendwie so hinkriegen, dass der... die alle nach oben haut? Außer den da. Nee, der haut die alle ganz nach oben. Okay. Der haut die alle nach unten. Der haut den ganz nach unten. Okay. So, ich muss ja erstmal alle nach unten. Obwohl, warte mal. Vielleicht... Reicht das, wenn ich das so... Nee. Ich muss ja irgendwie wieder hochkommen. Das geht halt so auch nicht. Leute, das war schon richtig so. So. Ähm. Der haut den nach unten. Dann sind die... Aber warum wird der... Warum wird der Linke immer wieder nach oben gehauen? Ach. Das ist doch mies. Das ist scheiße. Der haut die alle nach oben. Okay. Der haut die alle nach unten, ne? Alle eins nach unten. Nee, der haut die alle komplett nach unten. Der haut den ganz nach oben. Okay. Ja, das ist schon scheiße. Das ist beschissen gemacht. Sorry, Leute, aber... Ich erkenne da jetzt kein Muster. Naja, der haut die alle nach oben. Und das komplett. So. Ähm. Ja, das Ganze so vergessen. Weil der Linke immer wieder nach oben geheigert wird. Och, Mann, ey. Ich muss die alle irgendwie eins nach unten kriegen. Ich probiere das mal. Braucht die alle nach oben, ne? Ja, das bringt halt alles nichts. Okay, runter, runter, das ist schon mal soweit gut. Nur diese Sau kriege ich nicht runter. Der haut die alle nach oben. Der haut die wirkt, der resettet. Boah, Leute, da habt ihr mir aber echt was zugemutet. Ich glaube, das ist irgendwie in den Stream gekriegt. Okay, der haut alle nach unten. Bis auf den mittleren. Okay, das bringt mir aber nix, ne? Jetzt bin ich wieder genauso weit wie vorher. Ja. Bringt halt nichts. Dann gehen die beiden wieder nach oben. Das bringt mir aber nichts. Nee. Ähm, wenn ich den da jetzt runter haue. So. So. Ähm. Super. So, mit den zwei komme ich klar. Die Frage ist, wie kriege ich dieses scheiß Mistding da nach unten, ey? Och, Mann. Nee, da gehen sie alle nur wieder nach oben. Den hole ich runter. Okay. Okay, der holt sie nur alle nach oben. So, der bleibt da. Egal, was ich jetzt mache. Der linke wird wieder nach oben geholt. Nee, der bringt, der, der bewegt gar nichts. Und der holt den nach oben. Okay, 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 okay. Gut. Lass mich mal kurz was überlegen. Und so. Jetzt komme ich nach oben. Brauche ich aber nicht. Der holt es alle nach oben. Das bedeutet, der muss doch irgendwas bringen. Nö, auch nicht. Der haut den nach oben. Ja, das bringt mir nichts. Ich will mal was. Nee, so kommt ja gar nicht hoch. Ach, Mann. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas wirklich. Wenn es einfach nicht ersichtlich ist. Ich weiß, ich reg euch da auf. Ihr habt das bestimmt schon längst gesehen. Ja, mach mal deine Haare zurecht, Mädchen. Boah, gefickt die Henne, ey. Ja, jetzt ist dieses linke Scheißding schon wieder oben. Wenn es wirklich nur das linke Scheißding wäre, weißt du, dann wäre das alles... Wenn das linke nicht wäre, wäre alles super. So, wunderbar. Aber wie kriege ich denn dieses hier, dieses linke Kackteil nach unten, ey? Weißt du? Och, Mann, ey. So, nach oben. Nee, wieder nach unten. Okay. Der dann nach oben. Der haut es alle nach oben und der macht gar nichts. So, das bedeutet, die zwei Dinger kann ich nicht einstellen. Die bringen nämlich nichts. So, die sind jetzt oben. Toll. Und ich bin nicht oben. Warte mal. Nee, der haut den nur ganz nach oben. Okay. Das bringt alles wirklich gar nichts. Sorry, wenn ich das so sage, aber... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, da sind sie alle wieder unten. So weit muss ich... Das muss nicht sein. Ich brauche etwas, was den linken nicht bewegt. Okay, das bringt gar nichts. Oder? Der holt sie alle nur runter und der holt sie hoch. Das bedeutet, die sind für mich eigentlich relativ unrelevant. Und der macht gar nichts. Boah, lecko mio. Ja, du kannst es halt auch nicht zurück machen, weißt du? Du kannst halt auch wirklich nicht tricksen oder so. Du musst es wirklich so machen, wie die es hier wollen. Ach, Mann. Ich verstehe es. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, Leute. Tut mir leid. Ich, Graf Wallner, verstehe dieses Rätsel nicht. Ich erkenne da ein begrenztes Muster, aber kein Muster, was man machen muss. So. Okay, links und rechts. Die Kombination bringt nichts. Okay. Und das bringt auch nichts. Das bedeutet irgendwas mit links. Ich muss ja irgendwie wieder hoch. So, bringt nichts. Gut. Der bringt mich nach oben. Okay. Was macht der? Auch nichts. Gut, dann mach ich mal was anderes. Ich probiere es mal mit links. Und wieder links. Ja, bringt nichts. Nee, ich verstehe es nicht. Ich muss irgendwie... Hä? Warte mal, ich will mal was probieren. Aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Nö. Gut, was ist, wenn ich das jetzt mache? Ne, dann kommen sie alle nach unten. Da bin ich ja wieder wie am Anfang. Der mittlere wird nämlich dadurch nicht bewegt. Okay. Ja, das bringt alles nichts. Das ist doch zum Kotzen! Verliere ich hier Herzen? Der bringt halt nichts. Der ist jetzt nach unten und der jetzt in die Mitte. Soweit, so gut. Aber weißt du was? Ich beende die Aufnahme. Ich gucke mir das einfach nochmal an. Das kann doch nicht sein, dass das so unfair gemacht ist. Und dann mal gucken, ob ich da irgendwo eine Lösung finde. Weil ich habe das schon mal geschafft, aber ich habe jetzt keine Lust, 50 Millionen Jahre hier rum zu eiern. Also von daher, macht's gut. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Tschüssi! Tschüssi!